Der US-Rapper XXXTentacion ist am Montag in Florida auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige beim Verlassen eines Geschäfts in der Nähe von Miami von zwei Bewaffneten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei sei der Musiker umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten die Ärzte seinen Tod fest. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt haben könnte. XXXTentacion hatte sein erstes Album im August 2017 herausgebracht. Sein zweites Album schaffte es im März an die Spitze der Billboard-Charts. Der Rapper saß wegen verschiedener Vergehen mehrfach im Gefängnis. Unter anderem wurde ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Rapper Kanye West zeigte sich über die Nachricht geschockt. Ich habe dir nie gesagt, wie stark du mich inspiriert hast, als du da warst, schrieb er auf Twitter. Ich habe dir nicht gesehen, wie stark du mich inspiriert hast, als du da warst und wirst du da warst. Ich habe dir nicht gesehen, wie stark du dich Shout-Greitungen hast oder Vielen Dank.